Musik Hallo, hier ist der Käpt'n und willkommen im Playboy E-Mail 67. Ich spiele mit Deutschland. Wir sind in Runde 95, das ist die 14. Kriegsrunde. Und wie ihr von der Musik her schon hören könnt, sind wieder die Landsknechte am Marschieren. Denn das Landsknechte-Lied läuft im Hintergrund. Ich habe mich da extra ein bisschen umgehört, wo es denn ein entsprechendes Lied zu den Landsknechten gibt. Und tatsächlich eine Reihe von netten Liedern dazu gefunden. Also genießt die Landsknechte. Gut, wir schauen ein bisschen auf unsere Situation. Erstmal, es gab keine Ereignisse. Aber ein Ereignis will ich nicht verschweigen, denn was nicht angezeigt wurde, war, ich habe natürlich mehr Punkte bekommen, 25 Punkte mehr. Und deswegen habe ich die große Moschee von Jenne hier gebaut. Damit wird höchstwahrscheinlich dann, ja, hier Persipolis, der Perser, ein bisschen Geld bekommen. In der jetzigen Situation natürlich nicht so toll. Aber er hat ja natürlich nichts mehr zum Upgraden, was er irgendwie upgraden kann. Dementsprechend ist das Geld für ihn praktisch nutzlos. Und ich kann dann demnächst meine günstigen 90 Glauben Missionare erstellen und damit die ganze Welt zuspammen. Um dann jede Menge Zufriedenheit erlangen. Und natürlich in der nächsten Runde, wenn ich dann wieder 90 Glauben habe, kann ich mir einen, äh, wie heißt das? Nicht einen Ketzerei entfernen. Wie heißt das? Und ich kann dann nochmal einen Inquisator holen, mit dem ich dann diese lästige, falsche Religion hier in Susa entferne. Wenn die dann entfernt ist, kommt dann natürlich meine Religion rein. Und, äh, ja, das bringt mich gleich auf die erste Aktion, die ich machen will, die Religion. Ich habe hier noch meinen Missionar, evangelisch-lutherisch. Und den wollen wir auch gleich hier in Jerewan einsetzen. Denn in Jerewan sagt, mal eben, und dann ist er verbraucht, dann kriege ich demnächst wieder ein bisschen mehr Geld. Ähm, Jerewan ist damit dann, äh, evangelisch-lutherisch. Und, äh, ja, damit sinkt es auch nur noch mit 0,93 und nicht mehr mit 1,25, wie es hier zum Beispiel der Fall ist. Und, äh, dementsprechend, äh, kriege ich auch noch mehr Zufriedenheit davon. Ja, 21 Zufriedenheit habe ich jetzt dann davon. Und, äh, noch ein bisschen mehr Druck hier in der Gegend. Gut, was machen wir weiter? Ähm, wir haben hier noch einen Bautrupp. Diesen Bautrupp setze ich dann schon mal hier hin. Der soll dann hier dieses Wüstenfeld bearbeiten. Das soll er schon mal machen, so in Vorarbeit. Weil ja, ähm, ich zieh mal gerade. Weil hier unten, wo dieser Schwerti steht, soll dann ja nochmal eine Stadt hinkommen. Ich bekomme ja in 8 Runden, oder vielmehr in 9 Runden, weil das goldene Zeitalter der hier mit reinrechnet, in 9 Runden bekomme ich wieder einen Siedler. Und der wird dann hier an diesem Berg gegründet. Und wenn er dann hier gleich ein richtig reales Nahrungsfeld hat, dann steigt die Stadt ganz schnell richtig an. Gut, hier unten haben wir noch einen zweiten Bautrupp. Den können wir auch gleich mal ziehen. Den ziehen wir bis hier hin. Der soll dann hier dieses Eisenfeld machen, damit das angeschlossen ist. Joa, unsere netten Burgenschützen, den wir aus dem Lager bekommen haben, ziehen wir mal hier auf das Feld, damit es ins Landesinnere gezogen wird. Und diesen Schwertkämpfer hier ziehen wir auf den Bautrupp. Der kann dann nachher, wenn der Bautrupp hier bearbeitet, sich dort vollheilen. Der muss nicht sofort vollgeheilt werden. Und den Schwerti, den ziehen wir mal gleich dorthin. Gut, was machen wir hier? Wo haben wir unseren Gegner gesehen? Wir schauen einmal hier um die Ecke. Aha, dort ist er. Und damit er nicht hier irgendwie sonst wo hinziehen kann, ich meine, da kann er eh nicht hinziehen, gehen wir mal auf diesen Berg hier. Dann, vielleicht kann ich ihn dazu bringen, dass er ja hier hochzieht und dann hier nicht mehr weiter kann, außer zur Stadt oder auf dieses Land hier. Auf jeden Fall muss der irgendwie verschwinden mal. Entweder weggehauen werden oder er soll abhauen. Gut, den anderen Bautrupp hier ziehen wir mal so, weil der soll hier auf diesen Hügel dann gehen und auch endlich nochmal den Hügel machen. Die Stadt Köln wird in drei Runden wachsen und in drei Runden, wenn die in drei Runden wächst, dann muss dieser Hügel hier besetzt sein. Gut, was haben wir sonst noch so für Sachen? Wir haben hier zunächst erstmal ein Bautrupp, der hier neben Susa dieses Feld modernisiert. Dadurch wächst Susa nicht sofort gleich richtig viel. Das ist gut, weil nämlich hier das Produktionsfeld mehr benutzt wird. Was machen wir sonst noch? Ähm, ja, die Zitadelle zu reparieren ist noch nicht ganz so wichtig am Anfang. Aber wir schauen, dass wir was anderes machen. Wir ziehen einmal diesen General nach da oben. Diesen General ziehen wir hier hin. So. Und jetzt setzen wir den Bautrupp hier hin und reparieren erstmal die Straße. So, dann können die nämlich erstmal alle hier schön wieder ziehen, nachdem die Straße repariert ist. So, den Reiter, der hier fast tot ist, den lassen wir uns ein bisschen heilen. Den verschanzen wir. Ähm. Wie können wir das machen? Wir können den dort drüben hinsetzen. Genau so wollte ich das machen. Der sollte sich da drüben hinsetzen. Und den verschanzen wir. Wir verschanzen letztendlich eine ganze Menge hier. So, diesen... Äh, nee, Moment, bevor wir das machen, schauen wir erstmal mit dem Pferdchen hier unten. Wir schauen einmal vor und stellen fest, oh, der... Der Russe hat Ekwartana schon halb runter geschossen. Das heißt, nächste Runde wird das vielleicht einnehmen. Na, das hoffe ich doch mal, dass das machen wird. Ansonsten sieht es nämlich schlecht aus bei ihm. Der hat sicherlich nicht mehr so viel. Also, da, wenn er schon den... Wenn er schon den Speer mit ranziehen muss, dann ist der Russe... Geht dem Russen ziemlich die Puste aus. Naja, ist mir egal. Wir werden hier einmal diesen... Diese Kuh plündern. Gibt uns sechs Goldstücke. Das ist nicht viel. Aber zumindest genug, dass ich wieder auch hier hinziehen kann. So, und jetzt kommt noch unser... Unser Reiter hier. Der wird einmal hier hinziehen. Und hier, nachdem da unten ja einer war, wird hier oben vielleicht kaum was sein. Das werden wir aber gleich sehen. Zack. Ah ja, da hinten ist auch nix. Okay, gut. Damit die alle schön den Bonus kriegen vom General, ziehen wir den hier rüber und dann hat der General auch den Bonus. Ein bisschen angreifen will ich aber trotzdem noch und sei es auch nur, um hier ein bisschen Bolzen, Armbrustbolzen zu verschießen, ein bisschen zu trainieren. Wir tauschen bei diesen beiden hier die Position, weil dieser hier einfach stärker ist mit seinen Sperrfeuer. Und dann schießen wir einfach mal auf diesen... Ja. Wie heißt der? Armbrustschützen. Damit ist er dann... angeschossen. Die anderen können wir hier verschanzen. Ach so, ich habe hier natürlich noch die Lücke gelassen. Das könnte ich natürlich in einem Simultanspiel nie machen. Dann wäre ja mein General gleich weg. Ich wusste aber, dass ich diesen einen Landsknecht da hinten noch nachziehen kann. So, den Landsknecht noch von der oberen Seite nachziehen und wenn er jetzt mal ein bisschen drauf schaut, seht ihr, dass da so eine richtig schöne kleine Traube entsteht. Also, wir greifen dann über diese Seite an und wir greifen über die Südseite an und gleichzeitig greifen wir natürlich dann demnächst auch an dieser Seite an. Wenn er also nicht irgendwie mal langsam empfängt, nochmal dagegen zu hauen, werde ich irgendwann einfach alle Einheiten draufziehen, dann werde ich ihn wieder einkreisen und dann können wieder keine Einheiten produziert werden und dann werden eine... mit einer Einheit nach der nächsten weggeschossen. Ganz einfach. Okay. Den wollen wir auch nochmal ein bisschen verstauen. Okay. So, wir haben aber noch ein paar andere Sachen gemacht. Lissabon zum Beispiel kann ich erpressen, da ich hier nur Freund bin und das eh nicht mehr lange andauert und ich einen großen Propheten garantiert nie wieder bauen will, werde ich hier einfach mal erpressen, dann geht das Quest weg und ich kriege 185 Gold. Gar nicht schlecht, weil demnächst läuft mein GA aus und ich, äh, ja, und ich habe wahrscheinlich kaum die Möglichkeit, noch großartig Geld zu machen. Deswegen machen wir das einfach mal. Gucken wir mal, was sonst so passiert. Aha. Gut, dass ich Corlelumpo gekauft habe, denn dieser Pikenier hat jetzt hier übergesetzt schon auf diese Seite und hat wohl im Visier hier diese Stadt vom Derbo-E. Da wird er ein bisschen nebenpieksen. Der Computer ist zwar blöd, aber so ein bisschen stören tut er immer noch ganz gerne. So. Ich glaube, das war's dann auch schon alles. So, was ich machen kann. Ja. Wir haben hier natürlich unsere Galleasse. Hier bauen wir auch eine Galleasse nächste Runde. Dann haben wir noch natürlich hier so ein paar Sachen. Achso, wir können auch ein paar Sachen einstellen auf Produktionsfokus. Ja. Äh. Produktionsfokus. 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 Soll er schließlich die Produktion geben, wenn er was Neues macht. Und an dieser Stelle muss ich noch sicherstellen, dass nächste Runde er auch dieses Feld hier nehmen kann. Zwei Nahrung, zwei Geld, zwei Produktion. Damit sollte er dann nächste Runde auch zufrieden sein. Jo. Was passiert sonst noch so? Kann ich hier bei Genf schon mal was machen? Tribut fordern. Nein, das geht nicht. Da ist noch zu wenig. Antwerpen gehört mir auch. So ein bisschen jedenfalls noch. Dauert nicht mehr lang, dann gehört es mir nicht mehr. Und ansonsten, ja, passiert nicht besonders viel, denn der Bueh greift momentan nicht an. Schauen wir noch mal auf die Demografie. Die Demografie zeigt, dass ich 166 Produktion habe, was durchaus sehr schön ist. Und, äh, mit Ausnahme von der Bevölkerung liege ich halt überall auf Platz 1 und beim Militär sogar auf 92.000. Dementsprechend bin ich da jetzt entsprechend sehr stark. Weil ich meine ganzen Einheiten, die ich hier für Susa gebraucht habe, plus die ganze Nachschub, den ich produziert habe, dort alles wieder voll hochheilen kann. Und das bringt natürlich enorm viel Militärwert. Jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich hier an dieser Seite, an der Front München und Köln, dort auch eine gewisse Absicherung schaffe. Denn der Franzose und der Engländer haben noch nicht wieder geantwortet, auf meine Klausel hin, dass ich aufheben will, die Stadtstaaten hier, äh, einzunehmen. So, ähm, kommen wir nochmal in die Demografie. Und der Militärwert ist bei 54.000 im Durchschnitt. Der Franzose hat immer noch so niedrigen Militärwert. Da allerdings wahrscheinlich der Engländer hier, weil er nämlich Bogenschießen, nein, nicht Bogenschießen, die seine Langbogenschützen schon erforscht hat, wird er höchstwahrscheinlich Langbogenschützen aufbauen, damit er nicht einfach so auch mal überrascht werden kann. Soll er halt ein bisschen aufbauen. Mal gucken, wenn er sie nicht einsetzt, ist es gut. Wenn er sie einsetzt, dann sollte er schon schauen, dass er sie sinnvoll einsetzt. Vielleicht will er ja auch Stadtstaaten einnehmen. Vielleicht will er aber auch hier den Ägypter einnehmen. Das kann ich mir auch alles gut vorstellen, wie der Engländer sich ausbereiten kann. So, haben wir noch irgendwas? Bei den Punkten hat sich nichts verändert. Und, ja, damit gebe ich ab. Und wir sehen uns in Runde 96. Und denkt immer dran, dass Lanzknechte-Lied läuft. Bis zum nächsten Mal.